Hi Leute, mein Name ist Marian und ich freue mich sehr, dass ihr auf das Video geklickt habt. Das heißt, ihr setzt euch mit dem Thema Ernährung auseinander. Spannendes Thema, großes Thema und natürlich könnt ihr mit der Ernährung viele Ziele ansteuern und wir befassen uns hier in den folgenden Videos mit der Thematik Gewichtsreduktion. Das heißt, ich möchte euch gerne einmal einfach darlegen, wie ihr es schaffen könnt, euren Fettstoffwechsel optimal anzuregen, damit ihr euer Wunschgewicht erreichen könnt. Vielleicht seid ihr schon dabei abzunehmen oder ihr seid ganz neu dabei und wollt jetzt einfach Wunschgewicht erreichen. Es ist für alles dabei, das heißt also sowohl Fortgeschrittene als auch Leute, die jetzt ganz neu mit der Thematik sich gerade auseinandersetzen, dürfen sich natürlich diese Videos gerne angucken. Es gibt viele Möglichkeiten, mich zu reduzieren. Unser großes Hauptthema wird es sein, worauf muss ich achten und zwar im Bezug auf Zucker. Wir setzen uns mit dem Fettstoffwechsel auseinander und ich hoffe, dass ich euch in den folgenden Videos ein paar interessante Dinge beibringen kann, die euch im Alltag und vielleicht auch dann in eurem weiteren Leben helfen können, euer Wunschgewicht zu erreichen. Ich freue mich auf euch und vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank. Vielen Dank.